Bei allem Respekt, Marla. Sie hätten mir mitteilen müssen, dass Sie die Zimmer umzuräumen wünschen. Das finde ich nicht, Mrs. Danvers. Aber ich habe Ihnen anderes zu sagen. Zum Beispiel. Ich mag keine Orchideen. Ich möchte schon besser nachzahrehen. Ich will die Töpfe hier morgen nicht mehr sehen. Das sind die Orchideen von Mrs. Deweyta. Es riecht nur hier, drum machen sie ihr ab und zu die Fenster. Mrs. Deweyta will das nicht. Sie will sie in sich. Mrs. Deweyta will ich. Ich schreibe nicht auf dem Papier, dass deine Fremde. Denn Frau gehört auch die Müder mit. Es ist nichts mehr wert. So wie das Buch mit ihren Nummern und Adresse. Es liebt immer mehr. Stets bin bereit. So wie die Buch wird uns das Papier. Es ist der Winter, will das so. Oh nein, sie kehren sich. Es ist der Winter. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Der Winter. Sie tighten. Wir sind nicht. Ich schreibe nicht. Siehey. Oh nein. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.